Hans Koch ist vielleicht einer der führenden Grünland-Experten im deutschsprachigen Raum. Er ist Landwirt und hat über 30 Jahre Erfahrung als Berater im Acker- und Futterbau. Sein Herz schlägt für das Grünland. Denn hier ist es besonders schwierig, zuverlässig hohe Erträge und Qualitäten zu ernten. Vielleicht ist das der Grund, weshalb viele Milcherzeuger das Grünland oft immer noch vernachlässigen. Oder zumindest nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Das möchte Hans Koch unbedingt verändern und hat in den letzten Jahren bereits hunderten von Betrieben dabei geholfen.